Meine Frau ist nach ihrer Einnahme jämmerlich krepiert. Sie arbeitete für eine GRE-Vertragstirma, die halbt sie zu entwickeln. Sie war von ihnen fast gegen... Was zu... Wer ist das? Kuckuck, ich seh dich! Keine Kommt! Das geht ab! Blöde Sau. Aber ich hab das Ding trotzdem nicht gefunden, was hier... Was ich hier markiert hatte. Hemmstoffbehälter erkannt. Okay, Hemmstoff wird da drin sein. So, wir sind hier stehen geblieben. Das hier ist nur ein Orientierungspunkt, da kommen wir nicht hin. Das ist unsere Hauptstory. Hier gibt es noch einen Wasserturm. Würde ich sagen... Wir holen uns unseren Hemmstoff. Das ist ne Seilrutsche, oder? Irr ich mich da. Okay, ich irre mich. Nix Seilrutsche. Aber mit einer Seilrutsche wäre ich einverstanden. Oh oh. Oh oh. Geht's hier lang. Da lang. Oder auch nicht. Dann geht's da lang. Und dann geht's hier hoch. Schön, und da ist unser Bett. Yay. Banditen besiegt. warten bis zu einbrüch der dunkel so unsere zone war irgendwo keine ahnung möchte ich noch mal schauen direkt in die andere richtung dahin da hinten hier drüber und dann da hoch hemmstoffbehälter erkannt so dann sollte hier oben auch irgendwo der eingang sein war man da schon trainer ja stimmt gar nicht das tor geöffnet das tor geöffnet aber nicht weiter runter gegangen aber das holen wir jetzt nach erst einmal shortcut und dann noch weiter runter hier ist dann erstmal stopp grüßte erst mal hier alles niederprügeln jetzt nehmen wir natürlich mal mit alkohol oxytation mittel hier 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 Jo. Gift. Hallo Jungs. Ja, durch. Sorry. Hey. Ein Tonband. Du lebst ja noch, Kollege. So, aber hier war noch ein Diamant irgendwo. Wo war das? Ja. 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 Easy. Schaff mal locker. So, erstmal hier rein. Hier durch. Shortcut öffnen. Okay, hier runter. Ja. Wie lange? Jo. Ja. 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 Ja, der kleine Hammer. Sehr gut. Kann sich nicht beschweren. Noch jemand? Nö. Gutes Loot. Kann man alles verkaufen. Von innen verschlossen. Also von hier. Das würde ich euch auch erstmal. Gut. Aber nun. Tür öffnen. Gehts hier durch. Zack. Zack. So, jetzt bin ich einmal im Kreis gelogen. Jetzt hier runter. So. Hier ist Endzone. So. 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 Hovangen in, opposition. 있고 und Down. Hm, sie wollte nämlich nicht da runterfallen. So, ihr werdet erst mal angezündet hier. So. Weißer Kastal. Komm schon. Der Punkt war doch gerade hier, wieso gehen das nicht mehr? Getrug, da war ich schon an dieser Stelle. So, jetzt muss ich das hier oben noch töten. Hechtstoffbehälter in der Nähe. Okay. 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 Das war's für heute. Erwischt. So. Erstmal wieder auf die Dächer kommen hier. So, wo gehen wir das nächste hin? Irgendwas war noch hier im Dunkeln zu erledigen. Das haben wir. Da kommen wir noch nicht hoch. Hm. Wir könnten die U-Bahn machen, aber da muss es nicht dunkel sein. Es muss schon dunkel sein, aber ich muss jetzt nicht vom Dunkeln hin. Das hatten wir schon. Hier könnten wir noch hin, aber das heben wir uns nochmal auf für später. Hier haben wir noch gar nichts gemacht. Okay. Hier gibt's noch einiges an Zeug zu holen. Aber machen wir hier erstmal unseren Shortcut. Gehen wir erstmal wieder hier hin. Zug unserem Winterrad. Was ist da oben? Was ist das da für ein Ding? Nee, da müssen wir nicht hin. Gehen wir doch her. Genau an dieser Stelle. Nur das Problem ist, dass wir hier irgendwie mit einem Fallschirm hoch müssen. Da hinten. Ah, ja, 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 Herr Kollege, halte durch, dich rette ich. Das ist doch. Das ist doch. ein inventar schon wieder na gut aber jetzt jetzt zurück jetzt haben wir die faxen dicke schade zu spät gesehen dass er ein flüchter war gut hier drin ist unser bett 115 kampf dinks bums bonus bei nacht so hierüber ja 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 wo ist hier hemmstoff im wasser und ich sauge dafür dass mein trug nicht töten ja danke dass du vorbeigekommen bist man irgendwo hier muss das doch sein 10 13 ja 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 so weiter geht es zur u-bahn da gibt es ja noch einen hemmstoff so weiter geht es zur u-bahn ne belassener laden und ja der ja 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 Was gibt's hier hinten? Hier war ich auch noch nie Hemmstoff Hemmstoff Kann ich auch wieder im Wasser Das ist ein Windrad Und Abgang 20 Jo, irgendwo hier unten Ja Gut, Hemmstoff haben wir geholt Sehen mal zu, ob wir noch diesen Windrad aktivieren können St. Pout Island St. Pout Island Mhh Jo 200 Warte auf mich Auiuiui Auiuiui Ja, das wollte ich vermeiden So hin, oder wie? Ich mach das einfach so Ich mach das einfach so War zwar nicht genau so richtig, aber Es hat funktioniert Ich mache das nicht Ich mache das nicht Mit dem ich kann das nicht nie Ich kann das nicht das nicht Ich kann das nicht Ich kann das nicht Jeste nicht Wir sind nicht Kirche Apostels Dunkle Heulen Mh, mh, okay Gibt's ja noch massig viel Heimstoff zu holen Irgendwas kann man da hinten noch entdecken Ah Wasserturm Okay Okay Da ist die U-Bahn, da will ich hin Okay 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 Ach nö Ich habe Feinde gesehen, die sich schneller bewegt haben So So So, bin ich mal gespannt was mich hier unten erwartet Wird wahrscheinlich nicht einfach werden hier Okay Okay, hier sind wahrscheinlich Abdrünnige unterwegs Okay 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 Ah, ich mach dich gar nicht. Ich wollte eigentlich gerade diesen Hinterhalt machen, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Ah, ich mach dich gar nicht. Hier müsste aber noch irgendwo einer sein. Aber wo? Okay, dann habe ich es aber alles ausgerottet hier. Jetzt geht's im dunklen Bereich. Ich muss mal wieder hier runter. Und Zombies hier unten? Nein. So, da muss man da hoch. Also manchmal hat dieser Dully überhaupt keinen Bock zu springen. So, da muss man da hoch. 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 und dort dann da lang. Easy. Zack. Da lang. Da wäre auch noch ein Weg gewesen. Und nochmal oben hin. Da wäre auch noch ein Weg gewesen. Da wäre auch noch ein Weg gewesen. Schön. Nächste U-Bahn freigeschalten. Schöpfe! 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 Gut, aber hier war ja fast keine Beute mehr. Denke ich. Cool, Hemmstoff. Das war wohl meine Belohnung. Oder ich habe diesen da drinnen irgendwo übersehen und der ist einfach dort gespawnt. Könnte ich mir natürlich auch vorstellen. Na gut, aber an dieser Folge ist die... An dieser Stelle ist aber auch erst die Folge mal vorbei. Ich bedanke mich fürs Zusehen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Und hier gibt es eine Menge noch zu erledigen. Und hier können wir als nächstes hin, das Gebiet erkunden wir. Also ich bedanke mich fürs Zusehen, haut rein und bis zum nächsten Mal und tschüss.